Junge, komm bald wieder. Da willst du rein? Ja. In goldenen Handschuhe. Ja. Da gehen auch normale Menschen rein. Soldaten Norbert, Tampon Günther, Cola Rum Waldraut, Nasen Ernie, Dornkat Max. Wie kommt man denn zu so einem Namen? Weil du nur morgens, middags, abends Dornkat trinkst. Und heißt Max? Nee. Peter. Frag die Dame mal, ob sie was trinken möchte. Nee, wäre es mir zu hässlich. Und wer sind Sie? Herr Honka. Was stinkt ihr da so? Hiermit erkläre ich, dass ich es im Leben noch nie so gut hatte wie bei Herrn Honka. Herr Honka weiß viel besser als ich selber, was gut für mich ist. Und deshalb erkläre ich ferner Herrn Honka, meine leiblich geborene Tochter Rosi zuzuführen, dass er sie vernaschen darf. Und, hast du aber noch was auszusetzen? Junge, komm bald wieder, bald wieder. Es gibt genau drei Gründe, warum der Mensch trinkt. Erstens, um was Schlimmes zu vergessen, zweitens, um was Schönes zu feiern und drittens, wenn mal nichts los ist, dass was passiert. Hallo? Hallo? Denk auf an morgen. Denk auf an mich. Junge, komm bald wieder. Einen wunderschönen guten Abend, die Damen. Ich will so ein bisschen rauer, aber stark.